So, herzlich willkommen bei Let's Play Aragami. Wir sind etwas weiter zurückgewandert in dem Chapter. Wir sind wieder an der Startposition mit dem Bogenschützen. Wir haben eine weitere geheimnisvolle Kreatur gefunden. Mitten im Spiel ist aufgetaucht ein weiterer Aragami. Herzlich willkommen, Arcanus. Hi. So, wir machen uns jetzt nämlich hier zu zweit auf den Weg und werden nach wie vor versuchen, das Ganze ohne Kills und im Stealth-Mode durchzubringen. Ohne Kills, ohne auffall zu fallen. So, weil des Weiteren, komm mal hier rüber. Ich hab's letztes Mal hier drüben super gut geschafft. Indem wir die Wache warten. So, du hast es mir aber zwischendrin gesagt, dass man noch seine Fähigkeiten ausbauen kann. Ja, ja. Hast du gerade geklingelt? Ja, hab ich. Ich hab den Dings machen wollen. Komm hier rüber, komm hier rüber. Hier her. Rechts rüber. Wo bist du? Uh, du bist hinterher. Genau. Jetzt darf er uns nicht sehen. Bleib hier stehen. Äh, wie war nochmal die Krähe rufen? Äh, C und V. C und V. Schreib mal V zuerst. Nein, das war die Klingel. Ich kann meine Krähe hier nicht verwenden. Okay, ich hab auch nochmal geklingelt. Ja. Oh, weiter geht's, weiter geht's. Hinten, da hinten. Okay, ich bin hier wieder unter einem. Ja, ja, bin ich auch. Okay. Aber denk dran, der kommt jetzt zu uns gelaufen. Ja, klar, in die Richtung. Und dann unter den Bogenschützen. Bist du? Ah ja. Nee, du bist noch nicht hier. Ja, ich bin da. Genau, und jetzt hier auf den Stein drauf. Ja. Und dann hier versuchen runterzuspringen. Und dann möglichst schnell hier rechts unter die Brücke. Genau. Und hier patrouilliert jetzt auch einer. Wenn du den Moni noch ein bisschen drehst, siehst du den da vorne unter dem Lilanen Kirschblüten. Äh, okay. Genau, der kommt jetzt hierher gelaufen. Der kommt gerade, ja. Wir müssen mal gucken, dass man ungefähr hier stehen bleiben kann. Weil vor uns ist ja auch direkt einer. Ähm, ich stehen dir. Okay. Wir sind jetzt einer. Äh. Geht er noch weiter? Geht er zurück? Ich weiß nicht, warum kann ich denn hier die Krähe nicht verwenden? Ach, auf C. Ja, aber nur du kannst die Krähe verwenden. Ach so, okay. Das kann ich nicht. Oh, der Bogenschütze steht ja neben uns. Das ist wahrscheinlich, weil du, ähm, der Horst bist. So, jetzt komm mit. Jetzt gehen wir dahinter. Alles klar, Horst. Und gehen hinter den Baum hier. Und dann ganz in die Ecke, hinter den, an die, an die Wand. Genau, und jetzt läuft er. Das könnte sein. Siehst du den Typ? Die Wache? Ja, der sieht mich. Irgendwas hat mich gesehen. Ja. Und jetzt dahinter. Zack. Und dann hinter den Aufstieg. Genau, jetzt ganz sneaken und hoch. Perfekt. Ja, Mann. Immer noch sneaken. Ich habe einen Anzeigefehler. Ich sehe das Wasser. Ja, ab und zu war eben bei mir auch ein kleiner Grafik-Bug. So, wie konnte man jetzt seine Fähigkeiten verbessern? F1. F1. Ich habe nämlich das mit den drei Krähen. Ich habe nämlich noch gar nichts. Du gehst auf F1 und am besten machst du die Krähe auf Stufe 3. Und dann siehst du nämlich die Schriftrollen. Und dann kannst du eh viel mehr lernen. Wie sehe ich denn? Wo sehe ich denn, was ich dann... Ach, you have three? Genau. Und koste one. Genau. Und du zeigt alle versteckten Rollen. Und press R to marken. The location of marked enemies will be possible all the times. Ernsthaft? Wie geil ist das denn? Ich habe mir zu wenig Schriftrollen. Du hast schon viel mehr Schriftrollen sammelt als ich. Ja, deswegen habe ich dir ja gesagt, ähm... Okay, also ich kann jetzt R drücken und kann jetzt sogar die Wachen markieren. Wie geil ist das denn? Ich gehe rechts auf den Pfosten. F1 wieder. Also am besten nur versuchen, auf diesen Pfosten zu bewegen. Ja, das ist kein Problem. Wir müssen jetzt aber einmal runter. Oh, da ist direkt einer. Du bist runter hier, ne? Ja. Und ich gehe mal über ihn. Ah, jetzt sehe ich den auch. Genau, ich bin direkt über ihm. So, da haben wir noch mehr Wachen. Jetzt kann ich hier auch sehen. Direkt vor dir ist auch noch einer, ne? Ach, du kannst meine Markierung auch sehen? Ja, ja, ich sehe die. Die sind jetzt weiß. Okay, ähm... Deswegen wollte ich ja auch eigentlich dir die Schriftrollen zeigen, indem ich dann rufe. Deswegen sehe ich die jetzt nicht. Bin jetzt gerade am gucken. Wir kommen... Doch, wir kommen da rüber. Ha. Muss halt nur genau an die Kante gehen. Guck die Wache hier über mir zu dir oder zu mir? Die unter dir? Ah, die guckt zu mir. Hm. Machen wir das mal anders. Bleib du mal hier stehen. Weil ich glaube, du musst jetzt hier hinter und das Lichtsiegel zerbrechen. Das muss irgendwo da hinten sein. Ich gehe nochmal zurück und versuche sie abzulenken. Dann bimmel mal. Mache ich denn das am besten? So, und dann port ich mich dahinter? Oder wie mache ich das? Eigentlich stellen wir... Ach, schau mal, die wägen sich eh gerade. Aber der unter mir nicht. Okay. Am besten, du stellst dich genau auf die Seite. Jetzt dreht er sich nämlich rum. Wie komme ich denn da an das Lichtsiegel? Ich kann doch nicht durch das Lichtsiegel durch. Oh, mich hat er eben fast gesehen. Ich komme doch... Der Raum ist doch heller leuchtet. Komme ich da durch? Warte mal, ich bin da auf der anderen Seite. Ah, ich hab's nicht, Siegel. Bleib mal da, wo du bist. Ich wollte nämlich gerade sagen, da kann ich doch gar nicht durch, weil das ist doch eine Lichtbarriere. Nein, du hättest an rechts gehen müssen. Rechts meinte ich das. Aha, okay. Ich hab gedacht, wir sollen durch die Tür. Hast du auch die Sequenz? Ja. Der große See. Da ist eine Rolle obendrauf, oder? So, ich skipp das mal ein bisschen. Weil die Zuschauer kennen das eigentlich schon. Ah, okay. Ey, ich bin ja von der Farbe ja blau. Genau, ja. Hat man am Anfang auch gesehen. Du bist eine Art Türkis und ich bin rot. So, und jetzt ist hier nämlich das Problem. Wir könnten jetzt außenrum oder hier direkt drüber, aber hier werden wir sofort gesehen. Das heißt, wir gehen nochmal zurück. Hier wieder auf den Stamm. Weiter, weiter. So, und jetzt markieren wir hier unten unsere Gegner wieder. Ich krieg den einen nicht markiert. Kriegst du den markiert? Ne, ich weiß nicht, ob ich den markieren kann. Habe ich ihn jetzt? Jetzt habe ich ihn, ja. Ich klingel mal hier hinten, vielleicht hören die mich die unter dir stehen. Ne, haben sie nicht. Jetzt? Ja. Ich hau jetzt ab. Ich bin jetzt weg. Kommst du jetzt durch? Ich bin direkt vorne, wache, ich bin entdeckt worden. Na, okay, dann wurdest du schon gesehen. Ja. So, 500 schon mal dafür, dass du den Alärm ausgelöst hast. Und unsere Mission ist somit nicht mehr erfüllbar für uns. Weil hier kam direkt einer. Ach, da geht's hoch. Wie bist du denn da hoch? Ach, ne, ne? Da steht ein Schlitz. Logisch. Ey, du bist voll kreativ sein in dem Spiel. So, aber mordisch hast du noch niemanden, oder? Nö. Okay. Wir müssen halt jetzt auf die andere Seite. Normalerweise bin ich den anderen Weg entlang gelaufen. Aber wir werden es jetzt einfach mal hier versuchen. Ganz ehrlich gesehen wurden wir jetzt eh schon. Die beiden Wachen stehen unter uns. Komm, lass uns wieder zurückgehen. Können wir uns hinter ihn porten? Ja, klar. Wenn ich mach Schatten hinter ihm, das geht. Ja, ich bin momentan von meiner Energie auch sau low. Willst du... Oh! Da war noch eine Wache direkt draußen. Ah, du bist da hingesprungen, okay. Die kommt gerade rein, oder, die Wache? Die kommt gerade rein, ja. Die kommt rein, die ist jetzt drinnen. Jetzt müssten sie zu mir kommen, oder? Ja, ja, da ist noch eine Wache weiterhin. Oh, hier ist noch eine Wache. Ich hab's nochmal markiert. Kommst du an ihn vorbei jetzt sofort? Ja, man kommt vorbei, aber da hinten war noch eine... Scheiße. Der bleibt doch gerade stehen in der Ecke der Hans. Hat er sich gedreht, ja. Aber der andere kommt jetzt auch wieder zurück. Nee, der... Ich will den, der da draußen ist, den will ich gerne mal abgelenkt haben. Aber den krieg ich irgendwie nicht. Der ist weg auch. Der hatte ich gesehen. Ja. Vor allem, den hab ich nicht gesehen. Ich hab den da hinten gesehen. Du bist doch da, ich bin tot. Ernsthaft? Ich kann weitermachen? Ja, du kannst weitermachen. Wie konnte ich eigentlich Leute angreifen? Äh, Leertaste. Ich weiß, ich versuche die ganze Zeit linke Maustaste, aber das geht nicht. Ja, an derselben Stelle gestorben. Ich hab jetzt einfach versucht, durchzurennen. Okay, das werden wir einfach nochmal machen. So, aber diesmal... Wurden wir hier an der Stelle schon getriggert? Eigentlich nicht. Nee. So, dann hier drauf. Hier drauf. Genau, und dann stehen wir jetzt nämlich wieder vor den anderen. Ich glaub, die markieren wir uns noch schnell. Die beiden. Und ich geh mal hier direkt ins Eck. Und würd gern den anderen nochmal markieren. Okay, der ist auch markiert. Und dann über ihn drüber. So. So, die Wache, die draußen ist... Hattest du die schon gesehen? Hier ist noch eine. Ja, okay. Oh, Alter, du hast Lärm gemacht. Ja, ja, aber an einer anderen Stelle. Ja, ja, okay, gut. Ja, aber da hatte ich gedreht in dem Moment, hat er rübergeguckt eigentlich. Oh, der hat mich sogar fast gesehen. Ah, du musst jetzt wieder die Barriere platt machen. Die ist noch nicht. Ach, die ist noch nicht. Die haben eben nicht down gemacht. Nee, nicht davor. Ah, warte, ich geh hin. Jo. Du hast eine Ausrufezeichen gemacht. Du bist entdeckt worden. Nee, die laufen zu dir, oder? Nee, die laufen nach Norden. Also eigentlich nach... Hä? Die laufen dahin, wo gar niemand ist. Genau. Hä? Ja, das Spiel... Also ich bin der Meinung, das Spiel hat ab und zu noch ein paar Bugs drin. Warte mal, ich teste mal was. Ach, du hast die Barriere platt gemacht? Ja, ja, ich hab so... Ich hab so... In dem Augenblick haben die sich ja triggern lassen. Aber ich weiß eben nicht durch was. Weil ich bin jetzt durch. Ja, aber auf der falschen Seite. Echt? Ja. Ja. Lol. Oh, du bist tot. Vor allem, du hast den Alarm ausgelöst. Du siehst mich jetzt. Ah, der siehst mich gleich. Mach sie platt, wir machen das nochmal. Ja? Mach sie mal platt. Lapp machen. Lol. Lieber eben. Ah, okay, die können dich im Move also auch angreifen. Ja, ja. Das hast du noch nicht getestet. Nee, ich hab bisher noch nie versucht, Leute zu töten. Ich hab mit dem Einschlag... Ich hab mit dem Einschlag gerade Zweig gekillt. Ach, guck mal. Ah, ah, nee. Nee, ja. Schade. Okay, jetzt silenzen. Äh, ne, verdammt. Ich hab eben meine Fähigkeit gesehen. Oh, oder oben. Oh, 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 warte mal. Ich geh nochmal zurück. Ja. Da unten. Die bewegen sich gerade alle unter uns. Ja. Und das kleine Lichtchen hier. Das macht Licht. Achtung. Genau, diese kleine Kerze macht Licht. Ja, ja. Aber... Eins markiert, zwei markiert. Ja, komm. Ich hab auch einen... Ich krieg ihn nicht markiert. Mann, jetzt markiert ihn doch mal. Wen denn? Ah, jetzt hab ich ihn. Da draußen läuft einer. Hast du wieder geläutet? Du hast wieder die Alarm ausgelöst. Was? Ich weiß nicht, wo. Scheiße. Oh, Mann. Wir stellen uns momentan an. Gucken in deine Richtung auf jeden Fall. Einer hat doch vor mir jetzt das Schwert gezogen, aber... Okay, ich weiß noch mal... Ich war mir nämlich eben die ganze Zeit ziemlich unsicher, wie wir weiterkommen. Ja. Und? Versuch mal... Nein, 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 zurück. Zurück. Ähm... Den Hauptausgang vorne raus zu gehen. Ja. Also genau da geradeaus, ja. Wow, das war richtig knapp. Ja, das war sowas von knapp. Ähm... Wo befinden wir uns eigentlich momentan? Ich wollte eigentlich nicht nur schnell durchsneaken, aber wir sehen, wie es gleich weitergeht. So, okay, einmal sneaken, damit wir jetzt nicht gesehen werden, wenn ich das Ding zerbreche. So, und jetzt versuchen wir das aber doch nochmal, dass wir uns hier unten vielleicht bewegen. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin. Genau, da drauf. Oh, oh, gesehen! Er sieht? Ja, da ist so viel Licht. Ich kann mir gleich nochmal machen. Ernsthaft? Ja. Der Movedau hat ja ewig. Huh? Ich und er, wir sind gleichzeitig gestorben. So, nochmal. Okay, Concentration. So. Jetzt weiß ich, was du meinst, aber der sitzt da. So, da habe ich einen markiert. Ich auch. Okay, top. Beide auf einer Seite. Ne, ne, auf der anderen Seite habe ich ihn markiert. Ja, ja. Du hast rechts, ich links. Genau. Einfach, wenn ich hier ist nix, als ob die uns schon entdeckt hätten gerade mal. So, jetzt warten wir, bis sie sich beruhigt haben. Und dann auf den Pfosten und auf den zweiten direkt. So, hier ist noch einer markiert. Und ich würde jetzt gerne hier in der Mitte mal raus. Kommen wir da raus? In der Mitte. Ja. Und dann hier nach oben. Super. Ah, ja. Genau, und da können wir jetzt nämlich mal ein Stückchen voranlaufen, glaube ich. Und komm, ja, gut. Wenn wir hier jetzt nicht gesehen werden. Ja, das ist schon mal gut. Aua. Und ich bin ein Mikrofon hängen geblieben. Ja, ich merke es. So, die Wache kommt wieder zurückgelaufen. Da müssen wir aufpassen. Der Schlafschütze. Ja, ja, ja. Zurück einfach. Er kann uns sehen. Ja, da leg es nicht drauf an, Christoph. Du musst echt aufpassen. Hast du den mal markiert, den Bogenschützen? Ne, ich kriege den nicht. So, jetzt habe ich ihn. Ich muss noch ein Stück rüberlaufen. Ne, der sieht mich nicht. So, und da war nämlich das Ding, du musst in dem Augenblick, wo er, wo die Wache, die jetzt hier steht, zu uns läuft und der Bogenschütze sich gerade umdreht, um wieder in eine andere Richtung zu zielen, musst du dich dann hinter ihn porten. Der Bogenschütze guckt ja in eine andere Richtung aktuell. Ja, aber jetzt läuft er wieder zurück. Da kriegst du ihn nicht. So, jetzt erst mal hier runter und hinter den Pfosten gestellt. Ja, mach mal. Oh, hinter mir ist eine... Oh, oh. Portet dich hoch, portet dich hoch. Ah, nett, wo bist du denn da? Oh, oh. Da war doch einer direkt hinter dir, deswegen bist du auch hier hoch. Vor allem, ich bin ins Wasser gefahren. Ich habe mich ins Wasser geportet. Okay, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich konnte mich nicht hochporten. Ich habe da hochgeguckt und das ging nicht. Du musst so einen Pfosten nehmen, der hier steht und den anporten. Ah, okay. Wahrscheinlich war die Decke zu weit weg dann. Auf jeden Fall bin ich gegen die Wand und ins Wasser. Total. Langt dein Energie so lang? Nein. Hast du es verbessert? Nein. Aber es langt, dass ich hier in den Schatten komme. Ja, ist das eine Urne oder so? Guck mal. Kannst du da bestimmt bekrabbeln. So. Guck mal rein. Nee. Ist so verdammt hell einfach. Ja. Genau so sieht es aus. Da bist du wieder. Upp. Was? Ging das? So, denk dran, vor uns ist wieder eine Wache. Ich bin hinter dir. So, wir müssen jetzt hier die nächste Lichtquelle zerstören. Das heißt, wir gehen hier nach oben. Ah. Ah, wo ist denn die Wache? Ist die noch vor uns? Äh, ja. Da, markiert. Da ist noch eine links. Ja, ja, genau. Die links. Die warten wir, bis sie ihren Kreis anfängt. Und dann laufen wir ihr ganz langsam hinterher. Und dann hoch. Hoch in die Mitte. Kannst du das Ding doch schon platt machen, oder? Hier hoch. Der läuft doch im Kreis. Der läuft dir entgegen. Nee, der ist stehen geblieben die ganze Zeit eben. So, und jetzt gehend. Der gehend irgendwo. Also, der bleibt irgendwo stehen und gehend. Also, eigentlich kannst du doch jetzt schon runter. Ja, aber der sieht dich. Nee. Komm direkt hoch. Wieso soll der das sehen? Der ist so. Der läuft doch. Der ist da rückt zu dir. Okay, der andere ist da hinten. Genau. Und jetzt gehen wir hier auf die linke Seite durch. Na, also jetzt haben wir es doch so langsam raus. Boah, wenn mir so eine Barriere kaputt geht, würde ich mal nachgucken, warum. Ja, auf jeden Fall. Und die direkt wieder anmachen und uns, wenn wir drinnen sind, gerade platt machen. Wo ist denn der Typ? Warte mal, der läuft jetzt als nächstes in unsere Richtung. Der guckt, da ist noch einer. Verdammt. Links läuft einer. Siehst du den? Wo? Nein. Da. Eins, zwei. Da ist noch einer. Ach du Schande. Wo bist du? Unten. Ich bin runtergegangen. Ach, wir sind schon im Gebäude drin? Äh, ja. Wart mal. Okay, dann läuft der hier jetzt erstmal vorbei. Danach gehe ich mal runter. Wo müssen wir als nächstes hin? Ah, okay. Äh, wie ging das nochmal mit Anzeigen? Doch, mit dem Vogel, ne? Ja, bei mir ist es auf C. So, ich bin eins weiter. Ich kann die Füße. Ich komme nicht hoch. Geh doch hoch. Oh. Oh, da sieht dich einer? Nein, nein, nein. Der sieht mich nicht mehr. Der hat nur einen Umriss von mir gesehen. Ja, okay. Dann das. Hui, war das knapp. Du stehst da vor einem, oder? Nee. Ich stehe im Licht. Alter. Christoph. Christoph. Konzentration. Ich habe mich runtergeportet. Ich habe da nichts gesehen. Ich habe auf die Typen drauf geguckt. Und dann, äh, ja. Geh mal in die Ecke, wo ich war. Ja. So, und da kannst du dich ja runterporten, gell? Ja, ja, ja. Das habe ich auf der anderen Seite gemacht. Und dann portest du dich an diese, an diese Glocke, also du portest dich gleich runter, dann an die Glocke, die direkt vor dir steht und dann straight nach oben. Ach, nach drüben, auf die andere Seite einfach. Genau. Ja, und dann direkt wieder nach oben. Nein, ich habe nicht mehr in die Wand gefordert. Nein, du bleibst nicht. Okay. Okay, der hat dich nicht gesehen. Voll an die Wand gedotzt. Genau, so. Ach, guck mal, jetzt kannst du den Weg hier auch sehen, wie er läuft. So, und jetzt ist, also hier geht keiner rein. Hier ist anscheinend eine Sackgasse. Ah, da steht einer. Guck mal, da. Genau. Aber ich glaube, ich bin letztes Mal von außen gegangen. Wohin müssen wir denn? Komm mal wieder hoch, hier zu mir. Habe ich dich hochporten, ah, jetzt? Ja, du musst gucken, wo die Gitter sind und dann musst du dich da durchporten. Habe ich ja, aber da war die ganze Zeit dieses... So, der läuft jetzt nämlich weg, das heißt, wir porten uns jetzt hinter ihn und ich glaube, da konnte man dann durch. Genau. Ich mache kurz die Lichtbarriere aus. Und du guckst mal, wann die, wann die, wann die, ähm... Oh, zurück, 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 zurück. Da kommt einer, gell? Ja, ich bin direkt neben dir. Okay. Ich hoffe, dass der nicht... Doch, der kommt hier lang gelaufen. Und hoch. Weg gegen die Decke. Der andere hat wieder gedreht, der guckt in unsere Richtung und kommt. Ach, Mist. Ihr drückt mal auf C. Nee, das war kein C. Alter, der läuft doch oft in dich, oder? Nein. Bis jetzt hat er mich noch nicht gesehen. Uah. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Bleib du mal da draußen, wo du bist. Ich bin oben immer noch. Da, wo du eben schnell rüber bist. Uiuiuiuiui. Ich bin hier gerade direkt vor ihm. Ich komme wieder zurück zu dir. Ist die Wache bei dir? Bei mir ist die Wache direkt unter mir. Scheiße. Der guckt in die Ecke jetzt. Jetzt... Du kannst durchkommen. Ja, du kannst durchkommen. Der guckt ins Wasser. Nua! Aufs Wasser. Ja? Ja, ja. Aufs Wasser guckt der. Okay, ich bin oben bei dir. Gut, wo müssen wir hin? Das frage ich dich. Deswegen gesagt, es ist ein Ziel drücken. Zu den Türmen. Also hier durch. Okay, wir haben hier unsere 22 Minuten erreicht. Wir hoffen natürlich, dass euch die Konstellation zu zweit mehr spaßbereitet zuzuschauen. Uns macht es auf jeden Fall riesen mehr Laune, als allein in das Spiel zu zocken. Und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Tschöö.